wo ist der andere? die waren doch die zwei da hinten, du kannst mir nichts erzählen läuft der jetzt direkt in die falle wenn ich mich jetzt anlauge? hallo du da! siehst mich da oder? ist sein kollege in der falle gestorben oder warum stehst du hier so andächtig rum? bitte komm jetzt nicht plötzlich der dem sein kollege oh oh ne oh ne komm lauf in die falle rein komm ich muss ihn jetzt zerlegen und habe ich alles von dem? meine güte die ganzen körperteile aufsammeln gar kein problem habe ich jetzt alles? da ist noch was bein alter ich werde immer verrückt du ha schuss ist ja gar kein problem ne ich meine ähm ja komm halt direkt den nächsten was war das? komm komm jetzt ist ja bloß noch einer tut mir den ding da aufm kopf es ist doch bloß einer bitte jetzt komm sonst wird man nicht wenn man da reinläuft hallo du da? so jetzt aber komm jetzt baue ich dieses komische zeug da ähm was kann ich denn bauen? bauen wir mal das hier genau genau alles einpacken ach der körperteil warum brennt da jetzt was? achs ah das ist alles der unterschied zwischen unseren und denen hier brennt das jetzt für immer? hoffentlich also für was ist das? hä? warum bin ich jetzt so schmutzig? was hat mir das jetzt gebracht dass ich ein bisschen schmutzig gemacht habe? also ein paar beine habe ich hier noch eigentlich müsste ich doch eigentlich zwei köpfe haben theoretisch oder? ich habe doch zwei leute getötet unten liegen noch die locks im Wasser herzlichen Glückwunsch das ist meine bank das war schon ein bisschen zum kotzen als ich da plötzlich gesehen habe dass die Leiche von der Frau am Anfang einfach mal im Meer lag häا au wo der noch ein Stein und ein Kopf fehlt noch warum fehlt dein Kopf? warum ist diese falle kaputt kann ich irgendwie zurücksetzen ein scheiß erzählen es ist ein kopf ja gut sei dank es ist ein kopf und brennt das ding nicht mehr so viele fragen es ist ein stein damals mal jetzt im ernst wo ist der kopf von dem typ hin ist ein bein ja toll wo ist der kopf was das hier das andere bein okay das kann ich aber schon wieder nicht aufheben weil das ist schon eine ganze menge drei köpfe und drei steine fehlen noch okay unser feuer ist nicht an wir sollten unser feuer wieder an machen das hätte vorteile keine blätter mehr als ja genial da hinten bekommt man ja so viele blätter habe ich gehört letztes mal bin ich da durchgelaufen aber mal 45 blätter so viele blätter haben wir 12 noch nicht genug alleine gegen die kämpfen ist gar kein problem zum glück bei gruppen ist eher weniger das ist gar kein problem weil die springen manchmal so rum wie die beschwerden 49 lief es ja dann war man immer noch so ein arm im inventar oder ich glaube es war zwei oder kann ich sagen mit dem arm auf dem boden schlagen Willst du mich verarschen? What the fuck? Kollege, kommt jetzt bitte einzeln zu mir, ja? Ich hab ein Wörtchen mit euch zu besprechen. Es kann nicht sein, dass ihr immer wie so die letzten Vollidioten einfach mal so angelaufen kommt, ja? Ich hab kein Essen mehr, so zum Kotzen. Kollege, einer von euch. Nicht beide, nein. Hallo, jetzt habt ihr mich erst gesehen. Einer. Hallo, keine Angst. Ihr braucht keine Angst zu haben, aber ich bin ganz freundlich. Ich bin freundlich. Alleine. Alleine, ihr Vollidioten. Ich hab's euch gesagt, wenn ihr alleine gekommen werdet, dann wäre ich freundlich gewesen. Wenn wir übernachten können. Ihr hättet bei mir übernachten können, hab ich gesagt. Ist der andere nicht tot? Nicht ins Meer rollen. Ja, ich glaub, der Kopf ist gerade ins Meer gerollt. Herzlichen Glückwunsch. Das ist doch zum Kotzen. Ja, der Kopf ist ins Meer gelaunt. Das ist doch immer der gleiche Scheiß, weißt du das eigentlich? Die lass ich kurz... Lebst du noch? Bitte nicht. Zum Kotzen ist es doch. Ich brauch jetzt ganz kurz was zum Essen. Du bleibst hier schön liegen, gell? Also... Mein Freund. Hier. Komm, ich brauch was zum Essen. Gott. Ich brauch was zum Essen. Leute. Ich brauch was zum Trinken, ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ohne was zu trinken. Ich brauch wieder ein bisschen Amor hier. Oh Gott. Ich geh mal auf das Rumglitschen noch ein bisschen beim Campen. Das ist ja nicht so schlimm wie... ...die Zombies in DayZ oder so. Alter Junge. Oh, ich muss gleich mal die Dinger da einbauen. Nee, keinen einzigen Kopf hab ich. Keinen einzigen Kopf. Weil, das ist jetzt ein Anz, oder? Das Ding schon wieder verbrannt ist.